So viel, meine Damen und Herren, zum Umgang mit Kindern. Und jetzt der Lichttest. Guten Abend, Herr Ziegler. Ja, guten Abend, gnädige Frau. Heute heiße ich Vivi. Heute heiße ich Vivi. Es ist ein Luder. Ja, servus, Vivi. Tu mal nicht so, ihr steckt doch alle unter eurer Decke. Was? Kohl. 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 Ja, gut. Also, Kohl, jetzt bleib ein bisschen am Apparat, ich muss jetzt was erzählen, gell? Also, verehrte Zuschauer in Oberösterreich, wir wollen zuerst bewerten, wie Ihnen das Verhalten der Tochter der Familie Stettler aus der Schweiz gefallen hat. Beim Gong sollen Sie die Lichtquellen, die Sie innerhalb von 20 Sekunden erreichen können, einschalten. Beim Gong geht's los. Achtung, fertig. Das ist doch gar nicht nötig, die Scheiße. Wir haben doch nicht den Krieg verloren. Hier soll keiner nachsagen, dass ich den Deutschen was zuschieben will. Äh, Kohl? Ja, bitte? Um wie viel ist das Drohverbrauch? Gestehen? Einen Augenblick, bitte. Ja. Was das Geld kostet. Hey, Kohl, bist du schon da? Das viele Licht. Unsere Netzlast ist um 30 Megawatt gestiegen. 30 Megawatt, Dankeschön. Also, bitte jetzt alle Lichter, die eingeschaltet wurden, wieder abzuschalten, damit wir für Familie Einsporn aus Deutschland genau dieselbe Ausgangsposition haben. In der Zwischenzeit spielt für Sie das ORF Big Band. Untertitelung des ZDF für funk, 2021? Verehrte Oberösterreicher, schalten Sie jetzt die Dichte ein, falls Ihnen das Verhalten der Tochter, der von mir die Eimsborn aus Deutschland besser gefallen hat, Sie haben wie immer 20 Sekunden Zeit beim Gong, geht's los, Achtung, fertig. Ich hatte keinen ganz schönen Tag, Kinder, ich bin schließlich kein junges Mädchen mehr. Äh, Karl? Karl? Hörst du mich? Karl, wo bist du? Karl ist nicht vor allem. Hallo, Karl? Wo ist der Karl? Wo ist er denn? Hallo? Ich geh, hör auf mit dem Schmäh. Der ist will nicht da. Ist er nicht da? Der Karl hat aufgelegt. Der ist so erschrocken, dass ich Karl für ihn sei. Herzig, verdrückt. Jetzt kommt's raus.